Die Energiepreispauschale von 300 Euro jetzt doch für jeden? Wir zeigen es Ihnen. Für jeden. Auch für Rentner. Die Energiepreispauschale soll in das laufende Gesetzgebungsvorhaben zum Steuerentlastungsgesetz 2022 eingebaut werden. Der Text zum Gesetz liegt uns bislang leider nicht vor, aber wir durften die öffentliche Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages am 26. April verfolgen. Und ich nehme es vorweg, es ist grauenvoll. Weder die Politik noch die Verwaltung, also die Damen und Herren im BMF, arbeiten an der Front der Wirtschaft. Was mit dem Steuerentlastungsgesetz 2022 und der Energiepreispauschale für ein Bürokratiemonster entstehen soll, mag ich nicht glauben. Mein Name ist Stefan Mücke. Zahlen Sie Steuern, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren. Es geht um die Energiepreispauschale. Es geht um die Entfernungspauschale, um den Arbeitnehmerpauschbetrag und die Anhebung des Grundfreibetrages. Immer reden wir vom Bürokratieabbau. Wir reden von Entlastungen und wir reden von Vereinfachungen. Und wir reden, reden, reden so lange, bis wieder ein Bürokratiemonster entsteht. Ich hoffe, es ist diesmal noch nicht zu spät. Der Reihe nach. Punkt 1. Arbeitnehmerpauschbetrag und Grundfreibetrag sollen für 2022 rückwirkend angepasst werden. Das ist schön, aber die Zeit ist vorbei, zumindest für eine rückwirkende Anpassung ab Januar 2022. Wir haben ca. 40 Millionen Arbeitnehmer. Bei einer rückwirkenden Anpassung müssen alle Abrechnungen berichtigt werden. Wir reden dann vielleicht von 200 Millionen Abrechnungen. Minijobs noch auszuklammern. Klar ist doch, dass dieser Aufwand von den Steuerberatern den Mandanten berechnet werden muss. Der Steuerberater hat den Zeitaufwand. Zeit, die er gar nicht hat. Der Arbeitgeber hat den Kostenaufwand. Ich kann nicht verstehen, dass hier die Arbeitgeberverbände und auch der Steuerberaterverband nicht auf die Barrikaden gehen. Nicht nur, dass alle Lohnabrechnungen berichtigt werden müssen. Nein, auch die Abrechnungen zum Kurzarbeitergeld. Die Bundesagenturen müssen ebenfalls alle Abrechnungen und Bescheide anpassen. Dieser Verwaltungsaufwand wird Deutschland doch nicht weiterbringen. Einfacher Lösungsvorschlag? Die Steuertabellen, die Monatstabellen werden ab dem 1. Juni oder ab dem 1. Juli angepasst. Im Dezember können dann über den internen Lohnsteuerjahresausgleich beim Arbeitgeber die Jahresbeträge berücksichtigt werden. Quasi null Zeit- und Kostenaufwand. Nur die armen Softwareentwickler. Das Argument, den Bürgern schnell helfen zu wollen, ist falsch. Steuerpflichtige mit niedrigem Einkommen zahlen doch keine oder fast keine Steuer. Die Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrages oder des Grundfreibetrages bewirkt für diese Personen keine oder keine bedeutsame Entlastung. Bürger mit hohem Einkommen, ja, die würden nachträglich entlastet werden. Aber verzeihen Sie mir bitte, diese Steuerpflichtigen mit hohem Einkommen werden es verkraften, erst am Ende des Jahres oder mit der Erklärung, nächsten Jahres entlastet zu werden. Punkt 2. Entfernungspauschale Wie der Bund der Steuerzahler auf Basis der ADAC-Kostenermittlung dargestellt hat, entstehen Fahrtkosten von 33 Cent pro Kilometer. Hin und zurück damit 66 Cent. Liebe Bundesregierung, die Einkommensteuer will die Leistungsfähigkeit besteuern. Sie müssen also keine Geschenke verteilen. Sie müssen endlich nur einmal den Istaufwand anerkennen und steuerrechtlich zum Abzug zulassen. Wir werben hier für die Notwendigkeit des Steuersystems, für eine gerechte Steuerfestsetzung und auch für die Umverteilungsfunktion. Wir wollen eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Personen mit hohem Einkommen müssen viel Steuern zahlen, aber bitte nur auf das, was nach den entstandenen Aufwendungen übrig bleibt. Also die Einkünfte. Und hier muss man sich fragen, ob der Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsverbandes das Steuersystem überhaupt kennt, wenn er im Finanzausschuss die Meinung vertritt, dass die Entfernungspauschale sozial ungerecht ist, weil ein Steuerpflichtiger mit hohem Einkommen eine höhere steuerliche Entlastung erfährt. Ja, logisch, ist doch auch richtig. Oder soll derjenige, der ein höheres Einkommen hat, sowieso schon höher belastet ist, nicht sachlich die richtige Entlastung erfahren? Absolut sinnfrei, was dieser Herr von sich gegeben hat. Punkt 3. Zur Energiepreispauschale. Diese soll 300 Euro betragen und soll in der Lohnabrechnung September 2022 zu Auszahlen kommen. Der Koalitionsausschuss hat am 23.03. geäußert, dass die Energiepreispauschale steuerpflichtig ist. Das ist sie nicht. Das ist nicht der Fall. Das ist schlichtweg falsch. Wenn die Energiepreispauschale ihren Grund dafür hat, die Bürger von den hohen Sprit- und Energiekosten zu entlasten, dann gibt es keinen Steuertatbestand dafür. Die Pauschale ist nicht steuerpflichtig. Selbst wenn der Arbeitgeber missbraucht wird, die Pauschale für den Staat auszuzahlen, wird diese nicht steuerpflichtig. Es ist kein Lohn für eine Tätigkeit. Sie wäre dann steuerpflichtig, wenn man einen neuen Steuertatbestand schafft. Aber warum will man was besteuern, also belasten, wenn man die Bürger doch entlasten will? Und das Argument, dass ohne eine Besteuerung die Personen mit hohem Einkommen genauso viel Entlastung erfahren wie Personen mit niedrigem Einkommen. Ja, das ist richtig und es ist auch sachlich richtig. Die haben nämlich auch höhere Kosten. Und fragen Sie sich bitte, wer die Energiepreispauschale im Ergebnis bezahlt. Die Personen mit niedrigem Einkommen, die keine Steuer zahlen oder die Personen mit hohem Einkommen, die das ganze System hier beim Laufen halten. Noch zwei Punkte zur Energiepreispauschale. Der gesamte Abrechnungsaufwand wird auf den Arbeitgeber geschoben. Und die Arbeitgeber müssen die Energiepreispauschale, die an die Arbeitnehmer auszuzahlen sind, auch noch vorfinanzieren. Wie und wann der Arbeitgeber genau zu seinem Geld kommt, ist noch offen. Auch ist meines Erachtens nicht ganz auszuschließen, dass der Arbeitgeber im Einzelfall auf der ausgezahlten Pauschale sitzen bleibt, wenn später ein Fehler festgestellt wird. Auch hier kann ich nicht verstehen, dass die Arbeitgeberverbände das nicht schlichtweg ablehnen. Ich kann mich nur wiederholen. Was wollen Sie noch alles den Unternehmen auflasten? Jetzt wird es spannend. Wer bekommt die Energiepreispauschale? Ursprünglich waren es die Arbeitnehmer in den Steuerklassen 1 bis 5 und die Selbstständigen. Letztere nur als Steuerstundung angedacht. Blödsinn. Nach der aktuellen Idee, so wie es im Finanzausschuss diskutiert wurde, soll die Energiepreispauschale jetzt auch den Selbstständigen gewährt werden und, Achtung, auch den Minijobbern. Und jetzt wird es spannend und zeigt die Qualität unserer Gesetzesschreiber. Denn jetzt würde die Energiepreispauschale jeder bekommen. Ganz einfache Gestaltung. Der Rentner, der Student oder der Schüler gehen zur nächsten Firma nebenan und fragen, ob sie am kommenden Samstag die Straße als Minijob erkehren dürfen. Und jetzt erhalten sie die Energiepreispauschale. Meine sehr geehrten Damen und Herren, spätestens jetzt wird es doch absurd. Jetzt bauen sie das nächste Bürokratiemonster. Die Energiepreispauschale war eine echt gut gemeinte Idee. Sie sollte aber genauso schnell vergessen werden, wie sie eingefallen ist. Wir brauchen keine Energiepreispauschale. Was wir brauchen? Wir brauchen gerechte Entfernungspauschalen in der Steuererklärung 2022 und eine Anpassung der Reisekostensätze. Wir brauchen eine sofortige Senkung der Verbrauchssteuern auf Sprit und Energie. Und wir brauchen die Anhebung der steuerlichen Freibeträge in den Monatstabellen ab dem 1. Juni oder 1. Juli 2022. Die Entlastung für bereits vergangene Monate erfolgt mit dem internen Lohnsteuerjahresausgleich im Dezember durch den Arbeitgeber völlig automatisiert oder spätestens mit der Jahressteuererklärung 2022. Bitte beweisen Sie, dass Deutschland noch klar denken kann. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, bis bald und auf Wiedersehen.